Okay. Wir reden mit Harvey. Hey Harvey, wo ist denn jetzt meine tolle Fähigkeit, Schrauben zu öffnen? Ich arbeite noch dran. Vielleicht die Hake mit Fenster. Nein? Ich benutze die Hake mit dem Fenster. Gut, dann schalten wir jetzt auf Harvey wieder um. Und gehen aus dem Fenster, oder? Ähm, Edna, hilfst du mir kurz hoch? Ja, ich denke, das kriege ich hin. Yay! Gut. Was kann man denn hier alles machen? Ach hier, wir können zum Kellerfenster gehen. Wir können aber auch über die Hintertür später mal reden. Das klingt doch interessant, oder? Wir können auch mal über die Regentonne reden. Über die Sonne reden wir auch mal. Wir reden einfach mal über alles, was wir so sehen. Also, geh zu Hinders, geh zu Hinders Haus. Ja, gut. Dann gehen wir doch mal zu Hinders Haus. Oh, da sitzt ja wer. Der linke ist Mathis, Ednas Vater. Aber rechts, hey, das ist doch Alfred Marcel. Das ist der Sohn von Dr. Marcel, dem Leiter der Irrenanstalt. Edna hat früher oft mit ihm spielen müssen. Aber warum sitzt er hier mit Mathis zusammen am Tisch und isst Eiscreme? Ich verstehe das nicht. Hm. Es ist bestimmt... Der, 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 die... Der, 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 die... Oh, warte mal, was? Ne, da hier... Die Edna hat doch gesagt, dass sie den geärgert hat. Da ist... Da ist... Da ist... Da ist... Da ist... Sprachdurchfall. Das ist bestimmt als... Als... Als Entschuldigung. So rum. Artikel 1, Artikel 2. Mysteriös. Linkshänder mit Rechtshänderschirch erstochen. Ja, das liegt interessant. Artikel 2 gilt auch interessant. Kastaniendieb... Wieder entkommen. Hali, entdeckt neue Reime. Ach komm, machen wir mal mit, oder? Gut. Mehr haben wir hier nicht? Na gut. Nehmen wir mal raus. Der Pussybär-Obsurfer, gell? Ach, hier haben wir Maddels. Der Fisch. Ne. Sonst haben wir hier nicht mehr, oder? Mal mit Edna reden? Aber so ein bisschen verrückt ist die Edna ja schon, ne? So mit Harvey, dem kleinen Blühstirn und allem. Also ein bisschen Schuss weg hat sie ja schon, oder? Na, wir reden mal über ihren Vater. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mathis, dein Vater, dein eigen Fleisch und Blut. Hockt zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch. Da ist doch was oberfaul. Beide mit Eisbecher? Hat er ja auch einen Eisbecher gehabt. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Na, wir reden mal über die Sonne. Dann kriegt sie bestimmt wieder gute Laune. Draußen ist wunderschönes Wetter. Das ist nicht fair. Ich muss hier unten im Keller sitzen. Gut, das war vielleicht nicht so schau. Wir reden über Regentonnen. Erinnerst du dich an die Regentonne neben der Hintertür? Nur vage. Wieso? Ich weiß auch nicht. Okay, gut. Man hört meine behinderte Lache natürlich. Und meine erratische... Gut, das war nichts. Nochmal. Vom Hintergarten führt eine Tür zurück ins Haus. Hast du eine Idee, wie ich da reinkomme? Ich glaube nicht, dass du das kannst. Wie willst du eine Tür öffnen? Stimmt. Ich gucke mich lieber weiter um. Hm. Das wäre auch zu geil gewesen. Oder? Vielleicht reden wir mal über Alfred. Du redest nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mathis, dein Vater. Dein Eigenfleisch und Blut. Hockt zusammen mit Alfred Marcel. Dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Nein. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Da ist doch was oberfaul. Gut. Aber mir fällt es so auf. Ich habe gerade Ednas Kleidungsstil ein bisschen begutachtet. Sie ist ein bisschen wie ich. Also ich laufe jetzt nicht mit Strümpfen und so rum. Aber sie hat doch ihren eigenen Kleidungsstil. Sie setzt ihn durch. Das finde ich gut. Edna, 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 Edna. Du glaubst ja nicht, was in der Zeitung steht. Man darf endlich Isel auf Oggen reimen? Äh, ja. Juppie. Dann kann ich endlich mein Gedicht über Liesel und ihre Doggen beenden. Isel und Oggen reimen? Gut. Liesel und ihre Doggen. Ein tolles Gedicht. Wer hat noch kein Gedicht über Liesel und Doggen geschrieben? Rat mal was. Der Kastanien-Dieb ist wieder ausgebrochen. Oh nein. Schon wieder? Das letzte Mal waren es drei Bäume. Allein in unserer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass er mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels entkam. Im Ernst? Hm. Ein abgebissener Fußnagel sollte ja nicht so schwer zu beschaffen sein. Und jetzt? Okay. Ich will noch Artikel 3 lesen. Ich hab gelesen, dass ein Linkshänder mit einer Rechtshänderschere ermordet wurde. Das ist aber ausgesprochen seltsam. Da wollte irgendjemand ein Statement abgeben, wie mir scheint. Okay, gut. Geil. Wir gehen mal auf, Edna. Vielleicht haben wir jetzt unseren Fußnagel. Tatsächlich, Fußnagel. Ich finde es auch ganz geil gemacht, dass dieser Fußnagel wirklich dieser Hinweis kommt mit etwas total Unscheinbaren wie einem Kastanienmörder, der ja ausgebrochen ist. Vielleicht kommen wir jetzt die... Gut. Wir gehen erst mal die Tür hoch. Und jetzt müssen wir die ja eigentlich mit dem Fußnagel wegmachen, oder? Da bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ich kann's kaum glauben. Es hat wirklich geklappt. Der Riegel wird nicht mehr von der Verblendung aufgehalten. Ich kann die Tür einfach öffnen. Geil. Das ist wirklich unsere alte Küche. Ich kann es kaum erwarten, mich noch weiter in meiner Vergangenheit umzugucken. Nein! Ich bin der Vergangenheit noch nicht zurück. Edna! Geh nicht ins Licht! Edna! Oh Gott. Doch, sie sieht doch ein bisschen durchgeknallt aus. Verflucht! Gerade war ich dabei, mich zu erinnern. Es tut mir leid. An mehr konnte ich mich leider nicht erinnern. Zumindest hast du gelernt, wie du die Schrauben aufbekommst. Stimmt. Danke, Harvey. Was würde ich bloß ohne dich machen? Aber um jetzt mal logisch zu denken. Er ist eine Produktion ihres Unterbewusstseins. Das habe ich jetzt schon verstanden. Aber wenn sie sie nicht erinnern kann, wie kann er sich dann erinnern? Das ist doch mehr würdig, oder? Na gut, ich mache einfach jetzt die Nägel auf und... Achso, hier, Fußnägel! Okay. Ach, wenn ich hier drauf gehe, mache ich Fußnägel. Auch geller Scheiß. Gut. Mache mir mal die Schraube auf. Gut, ich gehe nochmal hier drauf. Mache mal den Fußnagel. Zack. Aber ich mache das doch jetzt mal, dass es automatisch öffnet. Das ist dann einfacher. Zack und... Und 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 und... Geil. Ähm. Toll! Wir sehen uns erst mal den Scheiß-Value-Wurst an. Das ist in etwa, was eine Currywurst kurz für ihrem Ableben zu sehen bekommt. Schön. Also das ist die Klimaanlage. Gut. Vielleicht weiß Harvey was. Hallo Harvey. Hallo Edna. Was gibt's? Ach, Frau Güssüss. Es passt nicht. Mach nichts. Vergiss es. Kann ich vielleicht das Stuhlbein reinklemmen? Kann ich vielleicht das Stuhlbein reinklemmen? Sieh mal Harvey. Ich habe den weltersten Stuhlbein-Anspitzer erfunden. Cool. Wenn wir hier raus sind, scheffeln wir Millionen. Was auch immer man ein Stuhlbein-Anspitzer braucht. Mal ü... Lass mal so zählen. Ich brauche jetzt mal einen Überblick. Hm. Wir haben das Gitter abgemacht. Die Klimaanlage war ja aus sozusagen. Das heißt, sie hat uns ja der Fuzzi angemacht. Da kann uns jedoch der Fuzzi bestimmt noch wieder ausmachen, oder? Hey. Hallo. Na Süße. Was gibt's diesmal? Na, ich wollte mich eh nochmal mit dem Typen unterhalten. Ich finde ihn ganz nett. Ähm. Vielleicht... Lass mich raus. Lass mich raus. Das ist ein Notfall. Oh. Wirklich? Ähm. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger.